Hallihallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus und brüße euch und heute will ich nochmal ein kleines, feines Infovideo geben, weil am Samstag gegen 20 Uhr, der 4. April, wird es von der CML ein kleines Community-Event geben. Und zwar werden wir noch ein bisschen Kilometer fahren für Truckers at Home. Und wir laden euch natürlich auch ein, dort mitzumachen und wir haben natürlich noch einen Gast am Start, Mr. John Trucker hat sich auch angemeldet und möchte mit uns gemeinsam eine kleine Tour machen. Wir werden über jegliche Dinge reden, ihr könnt auch gerne jetzt schon ein paar Themen reinschreiben, über was für Themen wir reden können, außerhalb vielleicht des Gaming oder Euro Truck Simulators könnt ihr auch noch andere Themen reinschreiben. Aber ihr könnt auch sagen, ja, wie viele Kilometer habt ihr bis jetzt selber schon gefahren und werdet ihr dabei sein. Ich werde oben auf jeden Fall eine Umfrage machen, ja, ich bin dabei, ich bin nicht dabei, aber wie gesagt, 20 Uhr soll es circa losgehen, kann 10 Minuten später sein oder früher. Ja, ist so halt, wie wir es hinbekommen. Und dann werde ich aber nur sagen, wer mitmacht, kann auch sagen, ja, ich mache mit. Wir werden aber nicht jetzt kundgeben, wo wir starten, weil sonst ist da wahrscheinlich absolutes Chaos. Deswegen lassen wir das einfach mal und verfolgt einfach den Stream. Den werde ich alles nochmal posten, ich werde es vielleicht unten nochmal reinmachen, dann könnt ihr live dabei sein. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dass der eine oder andere mitmacht. Aber Vorsicht, die Polizei ist überall. Nur mal so ein kurzes Info, nicht, dass ihr dann wieder meint, ihr könnt dann Blödsinn machen, weil wer Blödsinn in Streams oder sonstige Sachen macht, ja, das könnte nach hinten losgehen. Aber die letzten Monate hat sie eigentlich immer ganz gut funktioniert und das denke ich, wird auch am Samstag so sein. Ja, das soll es gewesen sein, kurze Info, schreibt mal rein, wie viele Kilometer habt ihr gefahren, wer ist dabei. Bei den Worten, war ich ein Fisch und sage, haut rein, macht's gut, bye bye.